An Repression und Korruption eine große Rolle. Die Musiker droht nun nicht in die Todesstrafe. Er benötigt auch dringend medizinische Hilfe, weil er eine Achtensprache vorteilt wurde. Diese medizinische Hilfe wird ihm bis heute verwehrt. Viele internationale Menschenrechtsorganisationen in der Sankt-Urkirche zum Plan mit Sitz in New York und viele internationale Initiativen für 5.000 Menschenrechts unterstützen und setzen sich für seine Freilassungsverfahren. Daher, ab an mir wie hier alle an die internationale Gemeinschaft endlich Druck aufzubauen auf das iranische Schwing, damit too much Zahlein freiwillig sein wird. Ich bin von dem Komitee, too much Zahlein, too much Zahlein, too much Zahlein. Zahlein, too much Zahlein. Stopp, stopp, hinischton, Islamische Regierungen. 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 Free too much, Salihie! Free too much, Salihie! Free too much Salihie! Free too much, Salihie! Free too much, Salihie! Was ist das? Das ist ein Wettbewerb. Wir haben hier eine große Herausforderung, die wir hier in den letzten Jahren haben. Wir haben hier eine große Herausforderung. Wir haben hier eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung, die sich in den Ausführungen zu verabschieden haben. Bis zum nächsten Mal.